Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von TeslaFan. Hallo, hier ist wieder TeslaFan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen, Daumen hoch fürs Video ist immer gut. Und unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den Internetseiten, wo diese Informationen her sind. Außerdem gibt es ein paar Videos. Unten drin Twitter-Account, Link zu meiner Versicherung, die ich nutze für die Elektroautos und ein Link zu den CO2-Zertifikaten, wo ich meine CO2-Zertifikate von meinen Fahrzeugen verkaufe. Aber kommen wir zu der Elektromobilität. Und da fangen wir gleich mal mit Tesla an. Ja, hat Tesla wirklich Absatzprobleme? Das ist die Frage. Ich hatte hier einen Artikel, das zum Beispiel als erstes merkwürdig natürlich in Australien keine neuen Model S und X verkauft werden sollen. Und sie das sozusagen zurückziehen. Ich weiß nicht, ob sie auch Orders, die schon gemacht worden sind, wieder zurücknehmen und das Geld, was angezahlt worden ist, zurückgeben. Das ist natürlich für Leute, die wirklich lange auf ihr Auto gewartet haben, relativ dramatisch. Aber das würde ja bedeuten, dass sie zu wenig Autos haben, um denn den Markt zu bedienen, wenn sie einen Markt reduzieren und dort weniger Autos verkaufen. Oder es hat andere regulatorische Gründe, warum sie dort sich im Markt zumindest momentan ein bisschen zurückhalten. Wenn man dann so schaut, die Produktionskapazitäten von dem Model S und Model X speziell. Ja, es war am Anfang, als die Produktion wieder aufgelegt worden war, dass grundsätzlich gesehen immer so viele Autos wie produziert verkauft wurden. Und wenn man sich dann das anschaut, dann ist es so, dass am Anfang 16.000 Autos oder etwas über 16.000 Autos produziert worden sind im Quartal und die wurden dann auch ausgeliefert. Und im Quartal 3 waren 19.000 und 18.000 ausgeliefert und im Quartal 4 20.000 und es wurden 17.000 ausgeliefert. Nur jetzt im Quartal 1 wurden nur 8.000 Fahrzeuge ausgeliefert und es scheint so ein spezielles Model X weniger Nachfrage hat als erwartet. Warum ist das so? Warum werden die Fahrzeuge, weil ich fahre selbst ein Model S, ein hervorragendes Auto, warum werden die Autos jetzt nicht mehr so verkauft, wie bevor der Stopp gemacht worden ist, zu Weiterentwicklers Fahrzeugs? Der Markt ist enger geworden. Man hat wesentlich mehr Alternativen im Bereich nach unten hin, nämlich mit dem Model Y, Model 3, ganz viele andere Elektrofahrzeuge, die man kaufen kann. Das heißt, alle Autokäufer, die an sich nicht das Geld für ein großes Auto wie ein Model S ausgeben wollten, aber keine Alternative hatten, haben dann eben dieses Fahrzeug gekauft, weil sie gerne ein elektrisches Fahrzeug fahren wollen. Heute, wenn Sie, also wenn Sie die Preise vergleichen, dann gehen Sie höchstwahrscheinlich und kaufen ein Model 3 oder Model Y oder Model X oder Model S. Das ist die eine Kräuferschicht und es gibt natürlich auch Polestar, VW, Mercedes und so weiter, also ganz viele andere Fahrzeughersteller, die auch noch Alternativen im unteren Segment bieten. Dann gibt es aber auch die Fahrzeuge, die jetzt neu dazu gekommen sind, nämlich der EQS, der BMW 7, der iX, der EQE. Welche haben wir denn da noch? Ja, die chinesischen und sowas sind natürlich in China, ist es so, dass dort natürlich auch noch die chinesischen Hersteller sehr stark sind, in Amerika und Europa noch nicht so stark, das kommt demnächst. Und die bieten in dem Segment, in dem Tesla seine Fahrzeuge anbietet, eben Alternativen. Und jetzt ist das so, dass sich Leute, warum hat man damals, als es die Verbrenner gab und Mercedes gab zum Beispiel, warum hat nicht jeder ein Mercedes gekauft? Das war damals als Verbrennungsfahrzeug ein gutes Fahrzeug in dieser Preislage nicht. Es gab auch ein BMW, das ein gutes Fahrzeug war oder ein Audi oder ein Toyota, die in diesen Preislagen waren. Das heißt, man hatte auch zur damaligen Zeit, also heute ja immer noch dasselbe, aber wenn wir auf den E-Mobilitätsmarkt gucken, hatte man Alternativen. Daher wurde von Fahrzeugen eben, hat nicht ein Fahrzeug alleine den Markt dominiert. Und das ging nicht darum, weil das eine jetzt besser oder schlechter war, sondern es ging darum, weil die Menschen eben unterschiedlichen Geschmack haben, was sie fahren wollen. Und daher haben die sich dann eben für ein anderes Fahrzeug entschieden. Zurück zum Model S und Model X. Die sind in einer Preisregion, die oberhalb des Firmwagensegments liegt. Nun ist Tesla nicht unbedingt der Firmwagendieferant, aber liegt trotzdem oberhalb des Firmwagensegments. Solche teuren Fahrzeuge, zumindest die in der Mittelklasse oder oberen Klasse, so wie in der E-Klasse oder BMW 5er, davon wird der größte Anteil innerhalb von Deutschland eben im Firmwagensegment verkauft und nicht an Privatkunden. So, wenn man jetzt aber kein Fahrzeug hat, was in diesen Segment hineinfällt, was in das Budget für Firmwagen hineinfällt, dann hat man eben das Model 3 oder das Model Y, was aber eher in den unteren Bereich von Firmwagen hineinfällt. In dem Bereich zwischen 40.000 und 60.000 Euro, wo man eher die untere Region der Führungskräfte hat, an sich eine Menge. Aber auch dort ist Tesla eben im Firmwagenbereich. Bei kleinen Firmen, wo der Geschäftsführer oder so etwas sich so ein Fahrzeug drauf bestimmt, aber bei großen Firmen haben sie meistens in den Fuhrparks ein Problem und das liegt an der Serviceverbindung, wie der Service angeboten wird. Also um Firmwagen zu verkaufen, muss man eben das Servicepaket richtig anbieten, damit das passt. Und da hat Tesla bis heute noch nicht den Standard erreicht, der eben von anderen Herstellern in diesem Segment angeboten wird. So, jetzt haben wir also die 80.000er oder 90.000er Regierungen, wo die oberen Führungskräfte ihr Incentive-Fahrzeug bestellen können. Und dann gibt es bei diesen Incentive-Fahrzeugen, wenn da ein Preistech dran ist, meistens noch einen Firmenrabatt. Also die Fahrzeuge, da steht zwar 90.000 oder 80.000 dran, aber da geht noch ein Firmenrabatt runter für Dienstfahrzeuge. Auch das ist natürlich was, was bei Tesla nun gar nicht geht. Ich finde das nicht schlecht, dass das nicht geht, dass sie feste Preise haben, aber das ist eben in dem Segment eine Problematik. So, jetzt zurück zum Model S und X. Die liegen seit der Neueinführung weit über 100.000. Also jetzt mittlerweile kriechen sie so ein Stück zurück an die 100.000, da ist die Luft superdünn. Und in Deutschland ist das nun mal so, da kaufen die Leute nur begrenzt auf Kredit. Das heißt, sie finanzieren zwar mal ein Fahrzeug, aber sie schulden nicht um zigfach, um irgendwelche Luxusgüter zu besitzen, sondern sie kaufen das eben, was sie in ihrem Budget managen können. Anders als bei großen Staaten, die einfach immer mehr Schulden aufnehmen. Aber da sind die Deutschen doch relativ konservativ, wie es um den Verschuldungsgrad geht, was sehr gut ist. Und was ich hoffe, dass die Menschen auch dabei bleiben, dass sie vorsichtig mit ihren Budgets umgehen. Und ich hoffe auch, dass der deutsche Staat dabei bleibt, vorsichtig mit dem Budget umzugehen. Denn das ist langfristig gesehen immer der bessere Weg. Kurzfristig irgendein blitzerndes, schönes Stück zu haben, hilft einem gar nichts, wenn man danach komplett unfähig ist, seine Rechnungen zu bezahlen. Und das ist das Problem, warum Model X und S hier in Deutschland auch nicht so den großen Absatz finden. In anderen europäischen Ländern ist das nicht anders. Also in Europa insgesamt ist die Mentalität, auf Kredit zu leben, viel, viel geringer als in den Staaten. Daher werden dort auch viel mehr die teuren Fahrzeuge verkauft. Aber auch dort kann man natürlich sehen, dass ein Preis für so ein teures Fahrzeug, die EQS zum Beispiel, nicht so hoch ist, wie der EQS hier in Deutschland kostet. Und da gibt es auch einen Grund dafür. Denn hier in Deutschland könnte der EQS ruhig 20.000 Euro günstiger sein. Man würde nicht mehr Fahrzeuge verkaufen. Weil in diesem Segment, wo sich solch Luxusfahrzeug aufhält, da gibt es einfach nicht viel mehr Käufe. Das durchschnittliche Einkommen liegt irgendwas bei 40.000, 40.000, 50.000 in Deutschland. Jetzt guckt man auf ein Auto, ein Auto kostet, so ein Model S kostet 100.000, da kann man sich gut vorstellen, dass viele Leute da zwar das hübsch finden, aber sich so ein Fahrzeug da nicht kaufen werden. Und das ist der Grund, warum S und X nicht so gut verkauft werden. Kommen wir zum Bestand von Tesla. Und da ist das der nächste Knackpunkt. Der Bestand von Tesla-Neufahrzeugen summiert sich auf. Das heißt, speziell in den USA sind die Lagerbestände relativ hoch. Und das ist dann nicht das Model S und Model X alleine. Wobei dieses, das S, also das X, das hat den höchsten Lagerbestand. Also gerade das X lässt sich schwer verkaufen. Bei den anderen Fahrzeugen ist es so, dass man eben auch dort, selbst wenn man sagt, Mensch, ja so ein Auto, so ein Model 3 mittlerweile ja vom Preis her weiter runtergekommen, liegt an sich in einem Preissegment, wo ich sage, ja das Auto ist an sich relativ gut bepreist. Trotzdem sind 40.000 Euro oder Dollar, sind immer noch viel Geld. Und jetzt haben wir Rezationen. Das heißt, es werden viele Leute entlassen in Amerika und dadurch fällt natürlich ein Großteil von Käufern dann auch weg, die dann, wenn sie erstmal den Job verlieren, nicht mehr irgendwas kaufen können. Und das wirkt sich einfach auf einen Autohersteller, der eben ein Luxusgut verkauft, auch besonders stark und besonders früh aus. Das ist anders als bei Lebensmitteln, die man eben braucht. Da gibt es nicht viel Diskussionen, dass man sich sein Brot kaufen muss. Aber ein Auto wird man nur dann kaufen gehen, wenn man das Gefühl hat, dass die Situation relativ stabil ist. Und das ist sie nicht. Die Situation, die wirtschaftliche Situation momentan auf der Welt ist nicht stabil. Wir sind relativ instabil. Viele Faktoren spielen da natürlich rein. Wir haben eine unheimliche Erhöhung der Geldmenge in fast allen Gebieten, was dazu führt, dass natürlich eine Entwertung kommt noch. Das heißt, derjenige, der jetzt ein Budget hatte und hat dann für die Woche 200 Euro gehabt, um einkaufen zu gehen, der merkt, dass er diese 200 Euro, dass er damit nicht mehr auskommt oder andere Sachen kaufen muss und seinen Lebensstandard reduzieren muss. Und wo reduziert man als erstes? Natürlich bei den Gütern, die nicht absolut notwendig sind. Dann kann man lieber noch etwas länger ein älteres Fahrzeug fahren, als dass man sich eben ein neues Fahrzeug kauft. Und daher kommen die Bestandszahlen bei Tesla. Und bei Tesla wirkt sich das eben von den Bestandszahlen auch bei den kleineren Modellen stärker aus, weil eben auch wenn die Fahrzeuge mittlerweile in einen günstigeren Bereich gekommen sind, sie immer noch relativ kostspielig sind im Vergleich zu einem Fiat 500 Verbrenner. Ja, so, also Elektro sind ja auch teuer, aber die Verbrenner, ein Hyundai i10 oder so etwas, die kosten 10.000, 12.000, 14.000 Euro. Da ist ein Tesla ein Luxusfahrzeug gegen und auch die Fahrzeuge werden natürlich nicht in Massen mehr verkauft, wenn das Geld nicht da ist. Kommen wir mal zu einer positiveren Punkt oder zu einem positiveren Punkt und das ist das Model Y. Das Model Y hat man mit den kleineren Felgen getestet gegenüber den größeren Felgen und hat eben festgestellt, dass die Reichweite fast 30 Kilometer mehr ist, wenn man die kleineren Felgen nimmt, als wenn man die größeren Felgen nimmt. Ich persönlich bin sowieso für die kleinere Größe der Reifen, ob das nun bei einem Model 3 ist oder bei einem Model S, X, ich würde immer die kleinere Größe nehmen, weil auch der Komfort durch das größere Gummi, was man drauf hat, einfach größer ist. Man fährt komfortabler und man hat mehr Reichweite. Also deswegen ist das schon und das war wirklich ein Test. Und wenn man jetzt auf die Bestellseite von Tesla guckt, dann kann man sehen, was sozusagen die größeren Reifen für eine Reichweite bieten, wenn man die größeren Reifen anklickt und wenn man die kleineren Reifen anklickt. Ich habe einmal dreiteilige Felgen, ich weiß nicht, BBS oder so etwas, also ganz besondere Felgen bei einem Fahrzeug mitgekauft. Das war damals ein Mercedes 300, glaube ich, Kombi, ein Gebrauchter, sechs Jahre alt oder so. Ja, und da habe ich, war dabei, waren dreiteilige Sportfelgen. Es sah top aus, ein unbequemes Fahren. Würde ich nie wieder machen, mir sowas zu holen, auch wenn das Auto vom Aussehen her natürlich an sich ganz gut aussah, wobei es schon overdone war, so übermotzt war. Also gefiel mir nachher nicht mehr. Also die Idee beim Kauf hatte ich erst gemacht, weil er mir einen super günstigen Preis angeboten hat. Aber im Endeffekt war das herausgeschmissenes Geld. Jetzt habe ich ein kleines Segment eingeführt, bevor wir zu den anderen Elektroautos kommen. Über andere Themen, die, ja, umweltfokussiert sind, da gibt es jetzt die schwimmenden Plattformen für Windräder. Und zwar gibt es eben große schwimmende Plattformen und dann werden diese schwimmenden Windräder werden per Anker am Boden befestigt, also verankert. Und es müssen keine riesigen Betonsockel gebaut werden, wo diese Windfahmen drauf gebaut werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass man auf diesen schwimmenden Sockeln eben nicht die ganz großen Windmühlen aufbauen kann, sondern schon verhältnismäßig kleinere Windmühlen-Kapazitäten aufbauen kann. Hat natürlich den großen Vorteil, gerade wenn man jetzt in tieferes Gewässer kommt, dass man dann viel, viel weniger Aufwand hat, um eine Windmühle hinzustellen. Und das ist eben ein Riesenvorteil, wenn man sich das anschaut. Und solche schwimmenden Plattformen zu machen, weil auch viel schneller installiert werden kann. Eins ist natürlich klar, der Anschluss muss gegeben sein. Und wenn solche Windmühle sich losreißt von der Verankerung, dann kann eben nicht nur die Windmühle zerstört werden, sondern es wird das Kabel zerstört, es werden andere Windmühlen zerstört. Daher muss diese Verankerung schon extrem sein. Denn wer auf hoher See mal raus war und gesehen hat, was für eine enorme Kraft das Wasser hat, der weiß, dass das muss schon extrem gut verankert sein, dass das Ganze schwimmt. Aber eine tolle Sache, unten im Artikel sind auch noch ein paar Zahlen drin, wenn ihr euch dafür interessiert. Also ganz bestimmt eine Möglichkeit, Windmühlen besser und einfacher aufzubauen, gerade in tieferer See, wo man nicht die Möglichkeit hat, vernünftige Fundamente zu errichten. Ja, in Freiburg ist ein überdachter Fahrradweg gebaut worden. 300 Meter lang. Das ist natürlich, also, wenn man denkt, ja, man fährt beim Regen und hat jetzt einen überdachten Fahrradweg, was ja ganz smart ist, aber so. Das ist ja eines der Hauptprobleme, warum man denn lieber vielleicht doch mit dem Auto fährt oder mit der Bahn fährt, weil wenn es regnet, dann auf dem Fahrrad wirklich eine größere Entfernung zu fahren, also größer in Anführungszeichen so 5, 10 Kilometer zu fahren und das regnet richtig, dann ist man einfach, wenn man ankommt, durch oder man hat Regenkleidung an und sowas, was eben nicht so schön ist wie beim Motorrad auch. Das ist bei nicht so schönem Wetter, ist das einfach nicht so nett. Sonst überdachter Fahrradweg ist natürlich klasse. 300 Meter und was steckt dahinter? Ja, die haben dort Solarzellen drauf gebaut, auf diesen 300 Metern und erzeugen 280 Megawattstunden Solarstrom. Das ist natürlich schon nicht unerheblich. Ist das hübsch? Nee, hübsch ist das natürlich nicht. Ihr seht das, also ich finde, es sieht natürlich nicht hübsch aus, wenn man jetzt durch die ganze Landschaft solche Fahrradwege, die überdacht sind, zieht. Ist natürlich gut. Gerade bei schlechtem Wetter ist das natürlich für den Fahrradfahrer gut und bei gutem Wetter ist das natürlich gut wegen der Erzeugung. Ja, ob das wirklich die Lösung ist, das weiß ich nicht so 100%. Ich glaube, Frankreich war das, da haben sie die Wege mit Solarzellen belegt. Das heißt, da ist sozusagen in den Wegen Solarzellen. Da kann ich mir eben nur vorstellen, dass das relativ rutschig ist, weil das ja doch eine glattere Oberfläche ist. Die Powerwall, die Batterie. Ja, ich bekomme übrigens auch eine neue Batterie. Meine ist leider defekt. Ich muss da nochmal einen Bericht zu machen. Ja, ich werde da vielleicht mal einen Bericht zu machen zu meiner Hausbatterie. Eine relativ große Investition und relativ frustrierend, dass man das jetzt tauschen muss. Aber ich möchte eben eine Batterie haben. Ich möchte den Solarstrom speichern können. Deswegen die Batterie. Tesla, ja Tesla, Powerwall hatte ich mich auch informiert. Ich habe keine Antworten gekriegt. Also es ist relativ schwierig. Ich habe mehrere Anbieter oder mehrere Vertreiber von diesen Solarbatterien oder von den Batterien angeschrieben und ich habe keine einzige Antwort. Doch von einem habe ich eine Antwort gekriegt, dass er im Moment keine Kapazitäten hat. Auch das ist natürlich nicht denn optimal, wenn das so ist. Auf jeden Fall, die Powerwall wird jetzt getestet in Deutschland im Netzeinsatz. Das heißt, Private können sozusagen ihre Powerwall dem Netz zur Verfügung stellen. Das ist bei EnBW der Fall oder Transnet BW, das ist ja der TSO. Und die können jetzt diese Batterien mitnutzen. Und wenn man wirklich eine Menge an Batterien hat in den Haushalten und man dort ein gewissen, also nicht das volle Potenzial, aber man gibt, sagen wir mal, 20 Prozent für das Netz davon frei, dann würde es natürlich auf die Masse gesehen schon etwas bringen, wenn dort sich ganz viele beteiligen und wenn das sich denn eben auch für diejenigen, die sie beteiligen, lohnt. Weil jedes Laden und Entladen einer Batterie, egal wie viel das ist, geht natürlich auf die Lebensdauer. Space X, der 25. Flug einer Falcon 9, das ist ja die große Transportrakete von Space X, ist jetzt, also ist sozusagen gewesen jetzt und sie haben jetzt neue Satelliten rausgebracht. Ich weiß nicht, ob sie auch Fremdsatelliten oder andere Ladung mit oben hingebracht haben. Und der 25. Flug in 2023. Das ist, wir haben jetzt April. Also, das ist schon eine super Menge, die dort transportiert wird. Und ja, da kann man sehen, dass es relativ erfolgreich war, was dort aufgebaut worden ist. Die große Rakete, ich weiß gar nicht, wie das Ding hier heißt jetzt, irgendwas, könnt ihr mir unten reinschreiben, ist gerade ja gestartet und war dann, ich weiß nicht, nach so und so vielen Minuten ist sie explodiert. Das ist immer das Problem bei dem Entwickeln. Man muss sozusagen, wenn man jetzt ein neues System entwickelt, natürlich alle Möglichkeiten abdecken und auf dem Zeichenbrett kann man das nicht. Man kann das nur, wenn man es testet. Und diese große Rakete soll dann ja auch bis zum Mars fliegen und dort Sachen hinliefern. Mal gespannt, was da passiert. Kommen wir zu Triota. Und E-Volts. E-Volts ist ja ein deutsches Unternehmen, was eine Drohne entwickelt hat, womit Personen transportiert werden können. Und die arbeiten da dran. Ich bin der Meinung, in Dubai oder so etwas fliegen diese Drohnen schon zum Test im Transport. Kann aber auch falsch sein. Aber ich bin der Meinung, die sind irgendwo schon im Testeinsatz. Und die wollen jetzt eben die großartig produzieren in Kalifornien. Tja, eben nicht in Deutschland, weil Deutschland eben relativ schwierig ist. Tja, naja, gut, ist egal. Auf jeden Fall, so ist das. Die wollen jetzt eben diese Drohnen produzieren und dann eben auch als zum Transport geben. Ich habe so ein bisschen immer die Problematik, dass wenn ich meine kleine Drohne, die ich nicht sehr häufig fliege, ich habe da ja mein Dach mal gefilmt und ein paar Sachen, wenn man jetzt, schaue dich fast gar nicht, ist jetzt da. Bei einem meiner Startvideos ist das auch mit drin, mit der Drohne aufgenommene Zeiten. Auf jeden Fall, die sind doch schon relativ laut. Deswegen würde ich meinen Nachbarn auch, das ist heute ja sowieso nicht mehr so einfach, möglich zu fliegen damit, aber würde ich meinen Nachbarn auch nicht unbedingt zumuten, hier mit der Drohne jeden Tag zu fliegen, weil das schon relativ nerviger Lärm ist. Und wenn jetzt solche Dinger über den Kopf rüberfliegen, lass sie sicher sein, du hast immer diesen Lärm, dann würde ich wahnsinnig werden. Also das ist noch schlimmer als Autolärm, dieser Drohnenlärm. Daher, das muss schon relativ leise sein. Es gibt einen Drohnenhersteller, der kleinere Lieferdrohnen baut, der hat dann die Propeller verändert und damit eine wesentlich leisere Flug, einen gewissen Leiter im Flug dort gemacht. Ja, interessantes Video auch. Mal sehen, vielleicht kann ich das mit verlinken unten drin. Mal gucken, ich mal. Ja, das sozusagen zur, ja, erneuerbaren Welt. Kommen wir jetzt zum, zum Elektromobilität oder anderen Fahrzeugen. Ja, und da kommt jetzt Japan, der Autohersteller, und der liefert ein Fahrzeug aus, was 200 Stundenkilometer schnell fahren kann, also zügig fahren kann und was im Preis zwischen 26.000 und 33.000 Euro liegt. Allerdings in China. Daher wird dieser Preis mit Transport und wie auch immer, wird der höchstwahrscheinlich hier in Europa nicht so sein. Der wird bestimmt wieder was teurer sein. Aber trotzdem nicht dazwischen 26.000. Ich glaube, Tesla fängt an irgendwie auch bei 29.000. Daher so im Vergleich, wenn man sich jetzt vorstellt, diese Preise würden jetzt hier auch realisiert werden, ist das eben nicht der Fall. Oder Tesla kann hier eben mehr nehmen, weil die Leute hier mehr zahlen. Könnte natürlich auch so sein. Aber dieses Fahrzeug hat eine sehr gute Reichweite von 500 Kilometern. Also schon richtig gut für so ein Fahrzeug. 500 Kilometer Reichweite. Ist ein kleines SUV. Sieht sehr attraktiv aus. Ja, also wenn der hier rüber kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass einige daran interessiert sind, solch Fahrzeug zu kaufen. Aber auch wieder zurück zum Preislevel. Ja, wenn so ein Fahrzeug rüberkommt, liegt er natürlich auch wieder in diesen Preisen, die schon Investitionen sind, die man nicht höchstwahrscheinlich sich kauft und bar bezahlt, sondern höchstwahrscheinlich finanziert liest oder etwas macht. Und ja, das ist eben limitiert. Die Menge, die dort abgesetzt werden kann. Ja, dann kommt der Zierk oder Zierk. Verdammt, mir hatte jemand das unten reingeschrieben, wie man das ausspricht. Also ich sage einfach mal Zierk. Zierk. Und der kostet umgerechnet 28.000 Euro. Auch ein kleiner SUV. 560 Kilometer Reichweite. Ja, 28.000 Euro. Aber auch hier denke ich, dass der Preis in Europa bei 40.000 liegt. Wenn sie clever sind, dann liegen sie irgendwo bei 38.000. Ich glaube, die 4 ist schon, und das ist ja wie mit 1,99, ist unterhalb von 2 Euro, aber nicht wesentlich. Und genauso ist das eben auch bei Elektroautos. Ist jede Zahl, die vorm Komma steht, immer gewisse Abschränkungen. Wenn man jetzt 40.000, und 5 Euro dorthin schreibt, ja, dann hat man 4 davorstehen. Wenn man jetzt 39.999 steht, sieht das ganz anders aus für den Kunden. Also, wenn man in diese Region kommt. Auf jeden Fall, wenn die jetzt auf den Markt kommen, und das wird höchstwahrscheinlich irgendwann Anfang 24 sein. An sich wohl, vielleicht doch in 23, aber ich glaube so 24 in 24. Und dann kommt in 24 kommt dann der Zerg, dann kommt der Chipengen hier rüber, dann kommt Nio rüber, wobei Nio mit den Wechselbatterien, und dass man für die Batterie so viel Geld zahlt und so weiter, ja, weiß ich nicht. Das mit den Wechselbatterien, das hat natürlich seine Vorteile, aber gut. Aber Zerg, ja, auf jeden Fall vom Auto her, vom Aussehen, ich finde das sieht ganz attraktiv aus. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Ein interessantes Auto. Winfast. Was ist ein Winfast? Der Winfast ist ein vietnamesisches Unternehmen. Kommt, ein Unternehmen nach dem anderen entsteht, durch diese neue Technik, die wir haben. Bei den Verbrennungsmaschinen war das eben so, dass da so viele Monopole drauf waren und das so komplex war zu bauen, dass es eben nicht so viele Hersteller gab, aber bei dem, speziell bei Elektro, ist das einfach. Ist das einfacher zur Herstellung. Ja, und diese Fahrzeuge, die sollen irgendetwas um die 23.000 Dollar kosten dort. Der Einsteiger bei 20.000 Dollar. Das ist natürlich schon eine Ansage. Nun ist es aber auch dort wieder so, wenn jetzt Fahrzeuge produziert werden und hierher geliefert werden, wird der Preis ganz bestimmt anders sein. Das Lohnniveau in Vietnam ist natürlich auch ein ganz anderes. Da ist 20.000 Dollar schon viel, viel Geld. Also insofern muss man natürlich als Autohersteller, wenn man lokal verkaufen will, auch irgendwie die lokalen Preise erhalten können. Trotzdem wäre es natürlich schon ein interessantes Produkt, diese kleine SUV. Und ich bin gespannt, ob die Fahrzeuge herkommen. Ich glaube, in Amerika sind die schon ausgeliefert. Ja, muss man mal gucken. Ich weiß gar nicht. Ist VINFAS schon hier auf den Straßen unterwegs in Europa oder in Amerika? Wer weiß, bitte unten reinschreiben. Ja, dann muss ich noch einmal den Seagull rausholen. Ich habe da noch einen anderen Artikel, den verlinke ich euch natürlich unten drin. Der BYD, dieser Mini-Flitzer. Knapp über 10.000 Euro Einstiegsmodell. Ich glaube 13.000 Euro. Der teure, die Reichweite sollen 305 beziehungsweise 405 Kilometer sein. Aber da vorsichtig, denn das ist die chinesische Bewertung und die ist etwas optimistischer. Wobei man dann sich... Optimistischer. Weil wenn man sich jetzt anguckt, hier die WLTP ist ja auch optimistisch oder die amerikanische EPA ist ja auch... Also sind alle... Die sind nach Standards geprüft worden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja warum wird denn da 600 Kilometer angeschrieben, wenn man jetzt im echten Leben 350 Kilometer weit kommt? Ja, man hat eben einen Standard genommen, womit man alle Fahrzeuge ähnlich... Also ich glaube nicht gleich, aber ähnlich testet. Und dann kann man eben sagen, okay, nach diesem Standard ist das der Wert 600. Das heißt dann aber in wahrer Kilometerzahl kommt es dann doch immer darauf an, wie man fährt und wo man fährt. Es gibt zum Beispiel Fahrzeuge, so wie das Model X, vielleicht ist das ein falsches Beispiel, aber ein EQS, die eine Reichweite angegeben haben, die aber besonders diese Reichweite eigentlich darstellen, wenn sie schneller unterwegs sind, also auf Autobahn, Landstraßen. Und durch das Gewicht eben bei Stadtfahrten nicht so gut abschneiden, hingegen eben so ein kleines Fahrzeug kann vielleicht bei Stadtfahrten viel weiter kommen als angegeben, aber über Landfahrten eben nicht so gut, weil die Aerodynamik nicht passt. Ja, der Basispreis 10.400 Euro und 13.300 Euro für die größere Batterie, soll relativ gut ausgestattet schon sein dafür und ja, ist jetzt schon, sind glaube ich 10.000 Bestellungen raus und wird jetzt produziert. Ja, wenn das Fahrzeug kommt, dann gibt es wirklich eine Alternative, wenn man ein kleines Fahrzeug braucht, womit man gewisse Strecken abfahren kann, aber man nicht derjenige ist, der gerne Langstrecke fährt, sondern einfach vielleicht mal irgendwo 100 Kilometer weit fährt oder 150 Kilometer weit fährt, um irgendwo hinzukommen, aber wenn man dann weitere Strecken macht, fliegt man, fährt man mit dem Zug oder ist anders unterwegs. Tolle Sache, der Seagal. Also ich bin so wie bei dem TOG, dem türkischen Fahrzeug, bin ich auch bei dem BYD Seagal natürlich gespannt darauf, wenn die hier jetzt auf dem Markt sind, wie die sich verkaufen. Ja, ein brennender Tesla, ja, Batterie, es hat gebrannt und sowas, sagt die Polizei. Ja, herausgestellt hat sich nachher, dass da jemand vorbeigekommen ist, das Auto in Brand gesteckt hat. Und da kann man, jetzt wird als erstes so eine Schlagzeile rausgehauen, ja, das Elektroauto hat gebrannt. Und dann wird irgendwann festgestellt, nee, hat nicht gebrannt. Dann haben aber schon 100.000 Leute das mit dem Gebrannten gelesen und lesen aber den Artikel, dass es nicht aufgrund der Batterie ist, eben nicht. Und das schadet natürlich dem Ansehen der Elektromobilität, was ich nicht sehr schön finde. Herz, Herz hat mittlerweile 50.000 Fahrzeuge elektrisch. Das finde ich schon relativ, also schon relativ viel. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss, ja, wie viele Fahrzeuge hat denn Herz insgesamt? Ja, und die haben 500.000 Fahrzeuge insgesamt in ihren ganzen... Und damit sind sie eben bei 10%. Denn relativ gesehen sagt man, ja, dann ist das doch nicht ganz so viel. Denn ich glaube, der Prozentsatz war jetzt bei... War das 14% elektrischer Fahrzeuge? Ja. Aber es gibt eben auch noch ganz, ganz viele Leute, die eben Verbrenner fahren möchten. Und da muss natürlich ein Vermieter muss immer alles haben, um seine Kundenwünsche zu erfüllen. Ja, Fastnet und Tesla gehen gegen den Betreiber der Parkplätze, Autobahnparkplätze an, weil der blockiert die Möglichkeit, Schnelllader aufzubauen. Und da sind sie jetzt vor Gericht und wollen das öffnen, dass eben die Hersteller Schnelllader bauen können. Und sie sagen eben, das hat nichts damit zu tun, mit der Lizenz, die dem Betreiber garantiert, dass er eben dort die Verkaufsstelle hat und Benzin verkauft. Hat nichts mit elektrisch zu tun. Und das stimmt. Ladestellen sind keine Benzinstellen, also keine Tankstellen, sondern das sind Ladestellen. Und ich hoffe, dass Tesla und Fastnet damit durchkommen, dass man sozusagen dort auf den Rastplätzen Schnellladestellen aufbauen kann, dann denke ich, würden wir sehr, sehr schnell einen Zubau kriegen. Jetzt guckt man sich das Tank und Rast an, das ist doch eine Katastrophe. Drei Ställchen, die sie dahin gebaut haben, da müssen 50 Ladestellen bei solchen Tankstellen hin sein. Andererseits kann man natürlich sagen, okay, gut, du hast das die Hoheit, aber du musst 50 Stück dahin bauen von Tank und Rast. Und zwar innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr. Und wenn sie es nicht machen, müssen sie Strafe zahlen. Also man kann das nicht blockieren, weil das ist ja schon sehr unschuld. Daher hoffe ich, dass Tesla mit dieser Klage und Fastnet mit dieser Klage durchkommt. Ich frage mich, warum dann nicht noch andere Schnellladehersteller sich beteiligen. Ja und Tesla erhöht weiter die Prognose für die Investition. Die wollen ca. 7 bis 9 Milliarden 2023 investieren. Das ist natürlich eine riesige Summe. Tesla hat einen riesigen Puffer an Guthaben angesammelt. Die Überschüsse immer angesammelt, um eben diese Investitionen zu machen. Denn es ist eben absolut wichtig, dass das kleine Model, das Baby-Tesla-Model für 25.000 Euro auf den Markt kommt. Denn wie wir am Anfang eben gehört haben, ist die Sättigung bei den anderen Fahrzeugen. Hingegen bei den kleineren Fahrzeugen ist ein riesiger Markt. Und wenn sie den bestücken können, können sie sehr erfolgreich sein. Ja, Mensch, das war's. Ja, heute doch wieder länger geworden. Ich weiß nicht warum, aber es ist doch so, dass es immer etwas länger wird. Wer bis zum Schluss durchgehalten hat, herzlichen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Euer Tesla Fan. Wir sehen uns, mr Move erhält. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. die andere Jahrhueery danceil sind. Wir sehen uns, Wir sehen uns, Vielen Dank.